Tanja Shevchenko muss die Twins in den Schlaf schunkeln Der neueste Familienzuwachs von Tanja Shevchenko, 44, bringt die ehemalige Alles-Was-Zählt-Schauspielerin langsam an ihre Grenzen. Die sonst so zuckersüßen Zwillingen Leo und Luis wollen einfach in Dauerschleife bespaßt werden, und Mama Tanja ist mit ihrer Kraft am Ende. Tanja fühlt sich, als hätte sie einen Marathon hinter sich. Die ehemalige Eiskunstläuferin ist erschöpft und in Meckerlaune. Ihre Babys mögen es am liebsten, wenn ihre Mutter sie mit dem Autoschalen stundenlang schaukelt. Aber das geht ganz schön auf die Arme. Und das lässt Tanja jetzt bei ihren Followern jetzt auch mal raus. Ich brech hier gleich zusammen, jammert sie in ihrer Instastory. Ich kann nicht mehr. Ich hab das Gefühl, ich hab einen Marathon hinter mir, vom Autoschalten schunkeln. Sie erklärt zu ihren Zwillingen. Die haben ja auch schon ordentlich Gewicht. Und das auch mal zwei. Dabei verrät Tanja auch ihren süßen Kosenamen für die Jungs. Die Kekse hatten keine Lust zu schlafen. Die große Schwester Jona ist bei »Let's Dance Kids« zu sehen. Tanja wollte ihrer zehnjährigen Tochter Jona gerne bei ihren Tanzstunden zuschauen. Aber die Twins hatten dann andere Pläne. Ich bin so fertig gerade. Voll unsportlich, sagt die ehemalige Eiskunstläuferin in einer ruhigen Ecke einer Umkleidekabine und muss über sich selbst lachen. Man wird ja nicht jünger. Kackscheiß, flucht sie nach der langen Schunkeltorture. Jona ist ein echter Profi auf dem Parkett. Sie war bei »Let's Dance Kids« zu sehen und räumte als erste Teilnehmerin sogar den Siegerpokal ab. Die gesamte Staffel können Sie auf TVNOW wiederholen. »Alles, was zählt« auf TVNOW streamen. Alte Folgen von Tanjas Serie »Alles, was zählt« gibt es ebenfalls auf TVNOW.